Goldene Note bei Leona König. Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann. Mit Startenor Rolando Villason. 100% 1 mit einem Instrument. Sehr, sehr schön. Bravo. Unsere Klassik-Talente. Du hast alles gezeigt. Von Violine bis Trompete. Und erstmals Ballett und Tanz. Fantastisch! Ja! Mit Leona König und Norbert Oberhauser. Ein Klassik-Abend, wie es ihm sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Die große Goldene Note-Gala. Freitag, 2. Juni, ORF 2.